ok krass ok warte ok wir machen das zu einer ebene und machen das ein bisschen kleiner wieder boss mit rolex nur das bild markieren dann rechtsklick und ausfall umkehren und dann generieren lassen ah ok das können wir auch machen ja das check ich also so warte mal wie macht man das kann man das auch hier direkt machen ich habe so lange kein photoshop mehr verwendet braun könnte irgendwo das hier machen ansonsten können wir auch das roundabout so machen und dann so und dann so aber das wird über lange dauern oder mega scheiße werden wo ich glaube das wird richtig scheiße jetzt holisch digger einfach ändern was sind das für lange arme bro